Musik Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest Und ich versuche mich jetzt Weiterhin daran Hier Ich habe nur noch zwei Leben, fällt mir gerade auf Upsi Hier so ein bisschen Die Gegend zu erklimmen Oh, verschwinden, danke Oh, das ist ja interessant Oha, oha Die verschwinden mit der Zeit, das ist ja fies Alter Was geht hier mit euch Okay Ja, läuft bei denen, ne Wahnsinn Okay Damit habe ich den dritten Da hat sich jetzt wieder irgendwas verändert Dieses Steine, Gebrösel Und diese Luftzüge, die man dann an die Seite vom Bild zieht Deuten eigentlich immer darauf hin, dass sich jetzt gerade irgendwas verändert hat Da in der Gegend Was ich jetzt persönlich nicht so Gut finde Glaube ich Das ist Frosch Böser Frosch, böser Frosch Ja, so langsam habe ich den Dreh wieder raus Glaube ich Aber Ähm Ich wusste es Ich wusste es Ist voll gemein Oh Ähm Komme ich hier nicht her? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich hier Ich komme doch hierher Muss ich doch in die andere Richtung, oder nicht? Hier hin Ja Natürlich möchte ich hier hin Okay Go Wo erscheinen die denn? Ah Nein Nein Ach, jedes Mal, wenn ich auf Springen drücke, verändern die sich Ach, das ist ja fies Das heißt, ich muss einfach immer direkt treffen Ist gar nicht so einfach, wie ich jetzt erstmal gedacht habe Ne? Und so Okay Und Zgedusch Nein, 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 nein Warum tut sich denn da nichts? Ach, das ist doch fies Muss ich dann irgendwo drauf? Aber wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht Okay, wenn ich jetzt hier drauf bin So Dann muss ich hier rüber Ist ja logisch Ne? Und dann nochmal So Damit ich hier drauf bin Bingo That's the idea Ich darf gar nicht springen, sondern muss mich einfach darüber Dingsen lassen Speichern Ah Genau deswegen Ich war zu schnell Oh mein Gott Haha, tschüss Tschüss, Shoei She is Shoei Coldmirror Und so Ich Wie gesagt Ich speichere jetzt alle zwei Sekunden Gefühlt Einfach nur, weil ich wirklich auf der sicheren Seite sein will Dass ich hier nicht in irgendein Blödes Fettnämpfing reintrete Oha Mach dich nicht unglücklich, du Viech Du machst uns beide unglücklich damit Das finde ich nicht in Ordnung Oh nein Oh nein Oh nein Oh Puh Ich Brauche Leben Und muss deshalb dringend speichern Oh Gott Das ist so fies Wo ist wieder Boden? Ich möchte bitte Boden unter den Füßen haben Dankeschön Puh Leben Oh mein Gott Ja, Leben Ich könnte jetzt noch ein bisschen was von dem blauen Zeug gebrauchen Wenn ich ehrlich bin Kann ich hier unten bitte einmal speichern? Dankeschön Ja Ah, sehr schön Kann ich auch hier runter? Ich habe hier gespeichert Waa Okay, offensichtlich kann ich nicht da runter Doch ich kann Ich kann Ich kann Zack Zack Oh Zaa Lalalala Okay So Jetzt habe ich aber von dem blauen Zeug wieder Aha Daneben Nein Nein, er hat getroffen Oh verdammte Scheiße Aua Aua Ah, ich muss hier sogar hin Okay Das ist ja gut zu wissen Jetzt muss ich aber leider nochmal sprechen Wie komme ich auf die andere Seite Ah, so komme ich auf die andere Seite Jetzt hat sich hier schon wieder was verändert Ich kriege die Krise Oh Gott Oh mein Gott Oh nein Nein, 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 bitte nicht Oh nein, bitte nicht Oh, ich habe doch nur drei Leben Wenn ich jetzt hier rübergehe und nochmal speichere Um Leben zu kriegen Funktioniert nicht Ähm, hier Ist eigentlich nur ein unsicherer Platz So, ne Ist egal Es hat funktioniert Nein Okay Okay, ich habe noch drei Leben Alles wird gut Alles wird gut Alles ist gut Solange du wild bist Mein Gott Wie komme ich da jetzt darauf Oh meine Fresse Die habe ich geguckt Als ich zwölf war Wilden Kerle Kennt ihr alle? Voll gut War voll in Leon verknallt Später, als ich älter war, dann Marlon Aber Leon war War Anfang Ne So So die großen Brüder Brüder Kamen dann später dazu Was ist denn das jetzt bitte? Halt 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 Bitte Einmal speichern Danke Danke Alter Noch fieser kann man Es ja gar nicht gestalten Oder Nein 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 Oh my gosh Becky Das tut mir leid Diese vielen Insider Sind echt Die sind nicht auf meinen Mist Gewachsen Die sind alle Das ist alles Cold Mirror Das tut mir echt sehr leid So Jetzt sind wir ja schon mal hier oben angekommen Ich hab vier Stück von den komischen Türaufmachdingern Perfekt Jetzt muss ich nur die Tür Die zugehörige Tür noch finden Muss ich hier wieder hoch? Ich geh davon aus, dass ich hier wieder hoch muss Haha Daneben Ich war da oben von der Lampe abgelenkt Verdammt Stirb du doofes Vieh Nein Nein Du sollst sterben Bitte stirb Wenn ich dich brauchen sollte Ist mir das egal Stirb einfach Weil Bam Haha Bingo Oh Gott Wie komm ich denn da hin? Ach Ihr seid doch alles scheiße Wie soll ich denn? Okay Runter Bin ich tot? Nein Ich bin nicht tot Oh mein Gott Aua Aber so gut wie So gut wie tot Ach Ich weiß wie ich tot Verdammt Okay Jetzt ähm Jetzt darf ich einmal sterben bitte? Jetzt kann ich nicht Doch Bam So Nämlich Bingo Bingo Wuhu Bam Oh da kann ich Oh da kann ich noch hoch Das ist ja interessant Da schau mal einer an Haha Speichern Bitte Bitte Speichern What the hell Bist du Ach du meine Fresse Ach du meine Fresse Oha Die wollen mich doch echt verarschen Ich werde doch so was von sterben Werde ich nicht? Oh mein Gott Werde ich nicht? Ich bin ja Ich bin ja Ich bin Ah Hier geht's rein Nein hier geht's doch nicht rein Okay Okay Geh sie halt nicht rein Bam Mir tun langsam schon die Hände weh vom vom Dingsen Bumsen Hahaha Das war falsch Sorry Oh Ähm Das ist jetzt ungünstig Dass ich jetzt schon wieder Leben verloren hab Scheiße Oh es wird irgendwie immer dunkler hier Kann das sein? Ich bin immer noch nicht bei diesem komischen Licht angekommen Wie komme ich denn an dieses komische Licht ran? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Massaker Massaker Hilfe Wow Hä? Jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen Und jetzt? Na ihr seid ja witzig War das nur Ach ich sehe immer noch nichts man Komisch du runter hier oder wat? Na komm 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 runter Komm Sei lieb Dankeschön Okay Leute So langsam Aber sicher Oh shit Oh shit Oh shit Hahaha Oh man Oh Jetzt hab ich alle meine Dinger hier verballert Was zum Henker Mache ich hier für einen Scheiß Ja tötet mich bitte einfach Los Nochmal Nochmal Danke So Ich glaub die kosten eh immer nur ein halbes ne? So ein halbes äh äh Dings Dings Bumsen So Schnapp ich mir den nämlich wieder um hier hoch zu kommen So Aber Wie komme ich jetzt da hoch? Ich habe leider noch keine Karte Dementsprechend weiß ich leider nicht Wie ich das tun soll Doch ich weiß wieder wie ich das tun soll Und zwar kam ich ja hier hoch Bingo Easy Alles easy Alles easy Au Verdammte Hacke Gut Gut Okay das heißt da oben komme ich schon mal nicht weiter Das bedeutet aber Hier komme ich weiter Hier komme ich weiter Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oha, oha. Sorry, dass ich jetzt überhaupt nicht gesprochen habe. Aber das war ja der Hammer. Auf einmal kommt einfach so ein Bossfight, so aus dem Nichts. In einem Nichtsicheren Bereich. Ist der Bereich jetzt sicher? Ja, dankeschön. Wow. Gut, jetzt komme ich endlich an das Lämpchen ran. Meine Güte. Okay. Yay. Okay, ich nehme mir jetzt erstmal das Lämpchen. RT. Ui. So, und jetzt trage ich den hier mit mir rum. Kann aber dadurch jetzt nicht mehr... Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe keinen Doppelsprung mehr und ich kann mich nicht mehr in Wänden festhalten. Kann ich den werfen oder so? Nee, ich kann ja nur loslassen. Hallo, Facebook. Ähm... Okay. Wartet ganz kurz. Ich gucke nur einmal eben, ob ich hier überhaupt weiter muss. Oder ob ich hier weiter kann. Oder muss. Aha. Aha. Okay, jetzt komme ich wieder hier an. Das ist ja... Ist ja in Ordnung. Gut, aber was mache ich jetzt mit dem Licht? Gut, ich nehme es mit. Und dann gehe ich jetzt hier zurück. Hier hat sich jetzt nämlich wieder was verändert. Sieh es dir mal an. So, jetzt habe ich hier wieder gespeichert. Oh Gott. Okay, ich probiere es einmal. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Wie soll ich denn hier vor... Also... Wie soll das denn gehen? Ist ja witzig, ey. Oh, das geht. Das geht ja tatsächlich. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das geht. Ich bin ja begeistert. Und sein kann natürlich noch raushauen hier, ne? Also mein kleines Helferlämpchen hier. Au. Bitte einmal speichern. Dankeschön. So. Die Seelenverbindung ist wieder... Ah, Tatsache. Okay. Na, das war ja erstaunlich einfach. Also zumindest das Lämpchen hier rüber zu kriegen. Oh. Oh Gott, das sieht so cool aus. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtet den Dunst. Hori, der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Gumon? Kommt mir bekannt vor. Yay, du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Okay. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Ui. Betritt die Elendsruinen und stelle sie wieder her. Verhüllten Laterne zu interagieren. Huch. Ne, der will hier aber eigentlich gar nicht. Nein. Tu das wieder dahin. Hey. Warum denn? Nein. Mach das wieder. Ah, danke. Puh. Ich dachte schon. Habe ich denn jetzt eine... Ah. Bingo. Da hinten ist noch was. Da ist noch was. Ich will das noch haben. Das hole ich mir noch und dann werde ich diesen Part auf jeden Fall auch einmal beenden. Weil ich bin da auch schon wieder bei meiner Zeit hier angekommen. Huaha. Autsch. Entschuldige mal. Komme ich da nicht hoch? Doch. Natürlich komme ich da. Ach, da muss ich ja überhaupt nicht hoch. Hahaha. Bingo. Geht alles, wenn man nur will. So. Genau. Und hier habe ich das Ding hergeholt. Und da drüben möchte ich dann jetzt bitte noch das Dingsbums holen. Und da kriege ich noch Leben her. Von dir kriege ich auch Leben, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, doch nicht. Na gut. Doch nicht. Yeah. Ich mag die Musik. Die klingt so fröhlich irgendwie. Obwohl das jetzt nicht unbedingt der fröhlichste Ort ist hier tatsächlich. Aber ich mag es. Moment. Tatsächlich, ich muss da hoch. Okay. Dann. Hui. Boah, jetzt sieht man aber auch endlich wieder alles. Gerade eben kam mir das alles so ganz extrem verschwommen vor. Und jetzt sieht man tatsächlich auch endlich wieder was. Huh. Meine Fähigkeitenzelle. So, jetzt hätte ich gerne noch einen einzigen kleinen Feind. Damit ich nochmal ein bisschen XP kriege. Damit ich meine vierte. Ähm. Meinen vierten Slot da noch voll kriege. Huh. Ah, da ist was. Da ist was. Da ist was. Geht mal los. Hä? Nee, doch nicht. Das sieht aber cool aus. Das ist so eine kleine Flamme hier. So eine kleine. Da war glaube ich vorher. Da waren Erfahrungspunkte dran. Sind aber jetzt leider nicht mehr. Kommen mir die Feinde nicht wieder? Ich dachte, die kommen wieder. Huch. Da war ich fast zu schnell. Ah, da ist noch einer. Cool. Komm, gib mir noch ein paar Erfahrungspunkte. Ach, scheiße. Ich brauch doch noch ein paar. Ah, dann nehme ich mir den von denen. Von denen hier. So. Bitte nicht sterben vorher. Das wäre ungünstig. In der Nähe von Feinden. Ich weiß. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Juhu. So. Ach, Spiel gespeichert. Guck mal an. Dann kann ich jetzt hier nämlich direkt auch. Was ist das hier eigentlich? Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Das ist nicht so wichtig. Aber. Energiezellen werden auf der Karte angezeigt. Finde ich ziemlich cool. Aber noch cooler. Wenn natürlich ein Dreifachsprung. Da brauche ich schon wieder drei Fähigkeitspunkte für. Dann nehme ich mir jetzt das hier. Und das hier. Und dann habe ich wirklich schon einiges erreicht in diesem Part. Und bin natürlich auch schon wieder am Ende. Würde sagen, ich beende an dieser Stelle dann den Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich habe jetzt tierischen Hunger und würde gerne erstmal was essen. Werde ich dann jetzt auch tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das schaut. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.